Ich habe JetGTP gefragt, ob es mir ein Skript für ein neues, lustiges Video schreiben kann. Thema? Zwei Freunde, die über den Sinn des Lebens sprechen. Und das ist das Ergebnis. Ich frage mich manchmal, was der Sinn des Lebens ist. Warum sind wir hier? Das ist doch Unsinn. Der einzige Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Ja, aber wie erreichen wir das Glück? Indem wir Dinge tun, die uns Freude bereiten. Zum Beispiel ein Stück Kuchen essen. Ah, das ergibt Sinn. Aber was ist, wenn das Glück nur vorübergehend ist? Dann isst du einfach noch ein Stück Kuchen. Okay, aber was ist, wenn das Kuchen ein Stück alle isst? Dann backen wir einen neuen Kuchen. Was ist, wenn wir keine Zutaten haben? Dann gehen wir einkaufen und kaufen alles, was wir brauchen. Aber was ist, wenn wir kein Geld haben? Dann warten wir, bis unser Glück zurückkehrt. Okay, das ergibt Sinn. Und wenn alles schief geht, können wir immer noch sagen, wir haben es versucht, aber zumindest hatten wir Kuchen. Genieße das Leben, selbst wenn es nur Kuchen gibt. Ja. 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 Ja.